Herzlich Willkommen auf der Saatogs, diesmal wahrscheinlich zum letzten Mal diesem Jahr. Und da habe ich nochmal eine Pluray von Peppermint Anime für euch, nämlich Magic Kaido 1412. Vielen Dank an dieser Stelle für das Bereitstellen des Exemplars. Volume 1, das Unboxing verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Volume 1 habe ich mir übrigens mittlerweile auch mal angeguckt und macht Spaß. Ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt gerade, wenn man noch nicht mal die Hälfte erreicht. Gefällt mir auf alle Fälle besser als die Serie Kaido Kit The Phantom Thief oder wie sie hieß. Die Staffel, die bei Kaseya erschienen ist. Und auch die Stimme von der Aoku ist wesentlich angenehmer. Ja, hier sieht man den guten Kit vorne drauf. Dann, darum geht es. Und hier haben wir noch die Episoden-Titel. Technische Daten, Sprache und Deutsch-Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 150 Minuten, Format 16 zu 9 in Full HD. Ton ist in 2.0. Und so sieht das Ganze dann drin aus. Und extra mäßig ist es leider sehr dünn. Da sieht man die gute Aoku. Und das war es eigentlich auch schon, was es dazu zu zeigen gibt. Wie gesagt, Unboxing zum Volume 1 packe ich den Link in die Videobeschreibung. Und da das das letzte Video in diesem Jahr ist, dachte ich mir, eigentlich, wobei, eigentlich ist es ja noch zu früh. Dann erstmal, ciao für dieses Jahr, bis zum nächsten Jahr. Jetzt. 對啊. slide. entra. uwenser酒ya. Monroe Cozy. Informatisch ventilation. Da, wieder einmal oben. Da, wiederz. Vielen Dank.